In diesem Video geht es um das Gewichtmanagement. Wir haben ein super Gewichtsmanagement-Programm, um abzunehmen, vielleicht auch zuzunehmen, falls das jemand möchte, aber auch um sein Gewicht zu halten und den Körper mit den optimalen Stoffen zu versorgen, damit wir auch in die Zukunft gut funktionieren. Wenn jemand Gewicht reduzieren will oder Muskulatur gegen andere Körpermassen tauschen möchte, haben wir ein perfektes System, um ein bis zweimal am Tag seine Nahrung mit Shakes, mit sehr, sehr hochwertigen Iseline-Shakes zu versorgen. Was macht man da? Man gibt entweder Schokovanille oder Erdbeer in eine Flasche, in einen Shaker, schüttelt es durch und versorgt seinen Körper mit weniger Kohlenhydraten, aber dafür mit mehr Eiweißen und damit kann die Muskulatur sehr, sehr viel anfangen. Wenn jemand wirklich abnehmen will, mehrere Kilos, dann haben wir ein komplettes Gewichtsmanagement-System. Da gibt es ein Basic-System, wo man auch den Körper ein bis zweimal in der Woche entgiftet. Wir haben dafür bestimmte Säfte von unserer Firma Iseline-Shakes, die dazu unterstützen, einfach die Giftstoffe aus dem Körper zu bekommen. Man macht dann einmal am Tag so einen Saft, den man zu sich nimmt oder auch unterschiedliche Kapseln, die noch zusätzlich unterstützen. Zum Beispiel das Thermo-GX, das hilft einfach die ganzen Stoffe, die man zu sichten, besser zu verbrennen. Das ist am besten, diese zwei Kapseln zur Mahlzeit dazuzunehmen und den Körper dabei zu unterstützen, die Verbrennung zu aktivieren. Oder auch am Abend dieses Iseline-Move, wo wir den Vorteil haben, dass unser Körper schnell in die Ruhe kommt, aber auch über Nacht trotzdem in der Verbrennung aktiv ist und somit den Grundumsatz erhöhen kann, um Kilos oder Kalorien zu verbrennen. Das heißt, wir haben ein System, wo man mit Eiweißprodukten hilft, dem Körper die optimale Aufnahme von Eiweißstoffen zu forcieren, aber auch einen Entgiftungstag einmal. Manche machen das sogar zweimal in der Woche, um dem Körper wirklich zu helfen und zu unterstützen, all das loszuwerden, was er da nicht braucht. Ja, dazwischen möchte man snacken und da hat sich Eiweißer-Chanix auch einfallen lassen, gesunde Snacks auf den Markt zu bringen. Die heißen auch Snacks und man kann ganz einfach mit diesen Snacks, egal ob Früchte oder Schokolade, da mithelfen, den Körper ja trotzdem den Guster zu stillen, den man doch hat. Es gibt seit neuestem auch diese Snackbites. Auch diese Snackbites sind aufgebaut auf Eiweißbasis und dadurch auch sehr, sehr toll für den Körper zu verstoffwechseln. Bei den Shakes nochmal hinzuzufügen, es gibt diese Whey-Protein, also Molke-Protein-Shakes, aber auch für Menschen, die sagen, ich bin Vegetarier, ich hätte es gerne auf Erbseneiweiß, haben wir pflanzenbasierende Shakes. Auch da hat Eiweißer-Chanix die Nasieform in der Herstellung. Diese Produkte sind ausgezeichnet, weil eben der Inhalt so überdurchschnittlich gut ist. Ich kann euch nur empfehlen, es einmal auszuprobieren, in euren Alltag zu integrieren. Ich mache, obwohl ich schlank bin, trotzdem sehr, sehr gerne, dass ich heute wieder früh den Shake zu mir nehme, stattdem ich mir ein, zwei, drei Brote oder so mache und wieder meinen Körper voll mit Zucker, mit Kohlenhydraten, das wird ja in Zucker umgewandelt, zu versorgen, sondern wirklich auch mit Eiweißprodukten, die meine Muskulatur stabilisieren, meine Körperfunktionen stabilisieren und einfach mir gut tun und ich nicht ständig dieses Völlegefühl habe. Und ja, ich mit einer guten, angenehmen Figur in die Zukunft, in eine Wohlfühlfigur in die Zukunft gehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Anwendung dieser Produkte und auch bei der Weiterempfehlung. Alles Gute und Tschüss.